ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation slowdown mit mir dem entgleich aus gilte nummer zwei wir machen jetzt hier mal eine runde auf los geht's los jetzt müssen wir schauen gegen die crushenators kämpfen wir brohemoth von und dann schauen wir mal dass wir hier rausholen können ein match habe ich schon gemacht thematisch so mal wieder mal der browser version nichts machbar ist mache es jetzt hier so 31.432 zu 19.225 gutes ergebnis fällt mir so weiter geht's so gegen die drunken globetrotters kämpft gilde 1 so weiter geht's gegen toffett von den kraft so dann haben wir jetzt hier 31 1639 schön cupido bobby dann war so kommt er ins match ein aber auch nicht lange ja das ist ein bisschen ärgerlich aber mir ist es tatsächlich so jetzt lieber weil vorne die heilt sich eh wieder hoch und damit kriege ich eine glatte 100 genau gegen crazy dove gut so gut ор cooling aus und So, auf ins nächste Match, 4 Stück sind noch übrig. Ja, das sieht nach einer Runde aus, sollten wir auch ziemlich souverän gewinnen, das Ding. So, auf, auf, ins nächste Match, noch drei Stück sind offen, sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt, ich kämpfe hier gerade auf zwei Accounts, deswegen müssen wir mal so hin und her switchen. So, Gemini 0614. So, jetzt nur noch hier vorne die Tina gespielt und dann haben wir auch dieses Match mit einer glatten 100 gewonnen. Und was ist der nächste Gegner? Wer will noch mal? Copper. It's Copper. Copper time. Copper, Copper. Na komm, wir fangen da alle mit jetzt an. Und dann machen wir den da. Einfach nur nach rechts, jetzt weiter raus. So, und jetzt nochmal den da gespielt und dann hätten wir es auch. Dann ist auch dieses Match vorbei. Zack. Gegen Cooper. Ein Match haben wir noch offen. Peter G. Bumm. Hijack. Damit kriegen wir den dann auch klein. Und das war's. Dieses Match haben wir dann auch gespielt. Auch gewonnen. Mega, mega geil. 96 Punkte geholt. So. Dann schauen wir doch mal, wie es steht aktuell. Also. Wir haben gekämpft. 29 bei uns. Oh, Andrelo mit einer glatten 1000. Congrats, man. Very, very nice. Georgios. 9,97. Sweezy. 9,92. X-Strike. 9,86. Shmoby. 9,86. Mark Foul. 9,85. Gabriel D. 9,75. 9,72. Snorz. 9,60. Scotty. Pippen. 9,58. Mark Oliver. 500. 9,49. Tristan. 9,43. James. 9,41. Outlaw Deak. 9,26. Lord Universe. 9,25. Zardos. 9,02. So. Belless Charlene. Marunga. Joseph. Fenzinho. BR. Siebenmal. Slimchi. Bobob. Benitha. Wovan. Wanda. Hyla. Raffi Treffi. Fred Derpy. Strawberry. Suarez. Quarkmüller. 808i. 3,5. Dann komme ich. Da kommt noch ein bisschen was drauf. Smug and Fresh. Anderson H. Bruno. Max. Max. Sheriff. Antonius. Mar. Und Player. Damit hatten wir jetzt hier 40 aktive. Aber vollkommen ausreichend für dieses Match. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mal es in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nicht mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animations Throwdown. Mit mir dann gleich. Auf rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.